Herzlich Willkommen zur ersten Folge von Genau, Tales of Cestiria. Der Danny spielt das. Und ich würde sagen wir beginnen von ganz vorne. Das machen wir mal erstmal auf einfach. Das könnte eigentlich so bleiben würde ich sagen. Äh, bestätigen. Genau. Und dann geht's los. Das überspringen wir mal. Ich würde sagen, wir legen los und schauen, was uns hier erwartet in dem Spiel. Ich muss ehrlicherweise gestehen, ich habe schon mal gespielt und mir hat es sehr gefallen. Und ja, ich hoffe euch gefällt es auch. Ich habe euch ja gesagt, es wird vermutlich ein neues Rollenspiel geben auf meinem YouTube Kanal und ja, hier ist es. Ich habe eine kleine Umfrage gemacht auf Insta und die Zustimmung war eindeutig und ja, deswegen habe ich mir gedacht, warum nicht? Fangen wir einfach mal an. So, das weiß ich, wie das funktioniert. Gut, dann würde ich sagen, los geht's. Das ist übrigens unser Held, Soray. Je nachdem, wie ihr es aussprechen mögt. Und ja, fangen wir einfach mal an. So, denke ich muss hier hin. Genau. So, ich weiß es. Ich wusste es, ein Held, ein Held, die diese Heilige Bläde zu verbrechen. Diese Mural ist ein Schöpferd von einem Schöpferd. Oho. 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 So, das scheint seinem Freund zu sein. Oho, da verschlechtert sich das Wetter, das ist nicht gut. Und, ähm, da ich das Spiel schon kenne aber hier nichts verraten will, weiß ich ja, was passiert aber wie gesagt, Ich will einfach mal lieber nichts verraten. Ja, wir sollten ihm folgen. Wie werden wir das tun? Ah, das war zu nah. Könnte ich ein bisschen Hilfe bekommen, bitte? So, und jetzt? Ein bisschen nass, aber sonst kann man es aushalten. Ich würde sagen, wir sind in einer Ruine gelandet und haben jetzt erstmal einiges zu erkunden, damit wir hier überhaupt wieder rauskommen. Und ja, wagen wir uns in das Abenteuer. So, hier scheint es nichts zu geben. Können wir mal speichern, das ist auf jeden Fall ganz wichtig. So. Dann gehen wir mal weiter. Oh. Wow. Oh Mann, was ein Lauf. Es ist nichts, aber Heizungen all den Tag. Aber ich hatte einen tollen Baurelief, um mich zu beschäftigen. Ja, ich glaube, du hast es. Hm? Oh, da liegt jemand. Oh, da liegt jemand. Den müssen wir irgendwo retten. Hey, Mikleo? Hm? Es ist... Es ist ein Mensch. Es kann nicht sein. Stopp. Wir sollten uns nicht mit ihrem Kind involvieren. Sie ist noch immer wieder. Wir können nicht nur sie dort verlassen. Okay. Ich gebe dir, was ich kann. Lass uns erst einen Blick auf die Ebene schauen. Okay. So. Ähm. Ja, da geht's rum. Ja. Meine Kugel sind alle knackig. Cobwebs sind überall. Ich wüsste, dass niemand hier für ein paar Zeit in den Platz gelegt hat. So. Hier ist nichts, was uns irgendwie helfen könnte. Das heißt, wir machen ja einfach weiter. Ja, ich wusste es. Wir sind nicht alleine. Ich kann mich schon fast denken, was das ist. Nein! So, das war das. Warte, warte. Es kann nicht... ... ein Hellion? Ein Hellion? Für echt? Ich habe ihn noch nie in person gesehen. Was könnte ein Monster wie ein Hellion in einem Ort wie dieser? Es geht weg! Warte. Erinnerst du nicht, was Gramps uns gesagt hat? Huh? Tja, was hat er denn erzählt? Hellions? Ja. Hellions. Horrible Monsters, die von der Malevolen sind. Sie können nur durch den Power of Purification sein, welches nur ein Chosen Few nutzen können. Also, wenn du mit einem Hellion mit einem Hellion überrasst, rufst du so schnell wie du kannst. Erinnerst du zwei? Normaler Leute wie uns, haben keine Chance gegen diesen Fienden. Schliesslich? Schliesslich? Wir können nicht ein Hellion sein, ohne den Power of Purification. Und wir sollten nur glücklich sein, dass wir es erlangen haben. Und irgendwie haben wir größere Probleme. Hm? Bevor wir etwas schlimmes finden, Herr. So, das ist eine Kiste. Ist das ein Monolith? Steindenkmäler, also Monolithen, findest du auf Feldern oder in Verliesen. Sie tragen Inschriften und unbekannt herüber vergessene Kampftechniken. Wenn du eins findest, kannst du seine Weisheiten jederzeit im Kampfabschnitt des Sims, des Themenbuches zur Rate ziehen. Für jeden gefundenen Monolithen erhältst du AP, die zur Einstellung von Kampfaktionen notwendig sind. Drücke A, wenn du einen findest, um ihn näher zu untersuchen. So, so! Sehebre. 1 2 3 6 1 2 3 4 5 5 So, das war das. Ähm, wie muss ich denn überhaupt lang? Hier. So, dann wollen wir noch mal speichern, sicher ist sicher. Da ist nochmal so ein Monolith. Ach, jetzt hat mich das Mistviecher erwischt, der ist doch. So. So, ja, gehen wir mal hier hoch. Natürlich. So, das haben wir auch erledigt. Gehen wir mal da hoch. Was ist das? Wow, was ist das? Ich nehme das. Wenn du zu verhörst, mit dem zu verhörst, werden wir nie davon rauskommen. Ich gebe es zurück, wenn wir hier zurückkommen. Wenn du so sagst. So, das wird dann wohl nichts. Okay, vielleicht nicht. Hey, schau mal! Du kannst mich so schrauben. Sorry about that. So. Müssen wir jetzt mal wieder runter. Wir können es nicht von hier. Es sollte ein Verbindungspunkt irgendwo sein. Lass uns zurück und sehen, was wir finden können. Und Speicherplatz nehmen wir auch nochmal mit. Wichtig ist, Speichern, 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 Speichern. Man weiß nie, wann man mal verliert. Von daher. Ist das schon ganz wichtig in so einem komplexen Spiel. Da dürftest du rübergehen. Also das ist das Problem. Hä? Hast du es nicht herausgefunden? Ja, ich habe. Wenn man die Antwort schon kennt. Neue Fundstätte. Die unsichtbare Brücke. Wunderbar. Die Simplaudereien geben mir ein bisschen auf den Keks, aber die gehören nochmal dazu. Aber sie sind teilweise auch sehr, sehr witzig, muss man wirklich sagen. So, dann schauen wir mal. Ja, sie scheint noch zu leben. Das ist schon mal die Hauptsache. So, weiter geht's. Anscheinend ist sie ganz okay. Das sieht doch gut aus. Ich war... Ich war in einem Wald und dann... Sprechen macht durstig. Wird das unsere neue Gefährtin? Schauen wir mal und warten uns einfach mal ab, was so passiert. Ja, sie ist human, okay. Ah, der Analysist? Ja. Der ist, glaube ich, jetzt schon fasziniert von ihr. Mein Name ist. Ich bin Soray. Soray? Ja, schön zu treffen. Gut geteilt. Ist da irgendwoher, wo man hierher kann, wo man hier sein kann? Ich muss planen, um zurück zu der Kapitel. Du bist aus der Stadt? Also... Um, hm. Warum nicht du zu kommen, wo ich bin? So, Rei, bist du nicht... Are du sicher, dass das nicht ein Problem sein würde? Du hast gar nicht weiß, mich. Ich kann nicht nur abhauen, jemanden in need. Das ist alles. Du hast nicht gesehen, dass sie nicht mehr Voluntieren, ihre Namen? Es ist nur natürlich, dass du dich bewusst bist. Wirst du nicht meinen Namen fragen? Bist du sicher? Jeder hat ihre Grunde, aber du siehst nicht wie eine schlechte Person zu mir. Ich kann dir nicht genug bedanken, Sarei. Gramps wird uns das machen, wenn wir zurückkommen. Ich weiß. Ja? Nein, keine Ahnung. Sorry about it. Anyway, that's the way out. Let's get moving. Na dann, mach raus aus diesem Etablissement. Etablissement. Äh... Das funktioniert auch. Das noch nicht. So, so. Gut. Dann, äh... Ausrüstung. Die ganzen Erklärungen. So. Die scheint dann wohl der Ausgang zu sein. Ich will nicht, dass ich dich erinnern muss. Aber schau deine Augen auf der Mädchen. Okay. Aber zu schlecht, dass wir nicht in besseren Umständen haben. Ach. Du hast wirklich nicht so eine technische Rolle in deinem Kopf. Gefühl, dass wir im Laufe des Spiels nochmal jeher zurückkehren. Aber wer weiß. Das Spiel hat gerade erst begonnen. Ah. Wir haben es zurück in einem Stück. Wow. Es ist wunderschön. Willkommen zu Tales of Sestiria. Ich halte erwarte, dass ich Seraphim vorstelle. Du wirklich schallst sie Seraphim. Ist das lustig für dich? Nein. Dinge, die nicht sehen oder erklärt werden, wie die Gäste, Spirits oder Phänomen supernatur, sind die Menschen als Seraphim. Right? Eine Quote aus dem Selestierischen Record? Bingo. Du hast es auch gelesen? Ja. Ich habe es immer immer gelesen, als ich ein Kind war. Es ist ein bisschen weg von hier zu meinem Stadt. Lass uns gehen. Okay. Na, er ist noch etwas skeptisch. Schauen wir mal. So, äh, ist das Selestierische Record ein Kindesbuch? Hm? Na, ich meine, du sagst, dass du ihn als Kind warst. Plenty von Jugendlichen auch lernt es. Ich war wahrscheinlich nur für meine Jahre alt. Oh, ja? Huh. Na, ich meine. Ich meine, es ist ein tolles Buch. Ja. Na, es sieht aus, wie jemand sich selbst gefühlt hat. Das ist mein Stadt. Alicia. Also es ist nicht Camelon, aber Alicia dann. Dann wurden die Ruhmungen falsch. Das ist das Dorf von Surrey. So, das ist das Dorf von Surrey. Ja, alles noch fremd für Sie. Ja, das wird jetzt noch. Das wird jetzt noch eine kleinere Aufgabe. Ich glaube, dem Großvater das alles beizubringen. Aber was sein muss, muss sein. Das ist meine Familie, living hier in der Schrein. Was ist das, äh, eine Art von Ausbildung? Es ist nichts. Es ist nichts. Du bist ein wunderschön. Du kennst das? Ich glaube. Das ist meine Haus. Du gehst und schaust. Ich habe etwas, was zu beschäftigen. Ich bin ein Seraphim. Kann ich einen Blick auf die Stadt schauen? Ja, sicher. Aber keine Probleme. Natürlich nicht. Ich schaue, als ob ich in einem Schrein der Seraphim wäre. Ja, genau. Ich versuche nicht, keine Wände zu machen. Oh Mann. Ich hoffe, dass Mikleo's Chant mit Gramps gut übernommen ist. Ähm, einfach um, ja, Feedback zu bekommen, ob ich das Spiel weiterspielen soll. Ähm, ob es euch gefallen hat oder nicht. Ähm. So, ich würde sagen, das erste war's das. Ähm, wenn ich genug Feedback, positives Feedback bekomme, mache ich natürlich gerne weiter. Ähm, wenn es euch gefallen hat bis hierher, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht mir immer gar nichts. Ähm, passt auf euch auf. Wir sehen uns dann im nächsten Video von... Im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt, Tales of Cestiria. Ähm, bis dahin, macht's gut. Bleibt gesund, bleibt mit heu, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Euer, der Danny spielt das. Macht's gut. Ciao. Servus. Und... Tschüss.